Ja hallo zusammen, Roland hier. Heute gibt es ein etwas anderes Bastelprojekt und zwar wollte ich mir heute eine NFC Visitenkarte bauen, so dass ich nicht irgendwelche Papier Visitenkarten austauschen muss und so dass mein Gegenüber nicht lange tippen muss. Ich habe hier so ein NFC Tag, da ist ein Chip drinnen und wenn ich den hier an mein Handy hin halte, poppt automatisch so eine Meldung auf. Wenn ich die Meldung dann anklicke, poppt als nächstes meine Kontaktdaten auf und dann braucht man hier unten nur noch auf neuen Kontakt erstellen oder zu Kontakten hinzufügen drücken. Geniale Geschichte, ihr speichert einfach eure Adressdaten hier auf so einem Chip. So und jetzt erkläre ich euch, wie das funktioniert. Dieser Chip hat hier im Prinzip nichts anderes gespeichert als eine Webadresse und unter dieser Webadresse ist im Internet eine Visitenkartendatei, eine Vcard, also V.VCF-Datei hinterlegt. Die kann man sich bei einem Webdienst erstellen, den zeige ich euch gleich, oder man kann so eine Datei auch über Outlook. Ein Outlook-Kontakt kann man auch als .VCF-Datei weiterleiten. Da könnt ihr euch also einfach in Outlook einen Kontakt anlegen, den per Mail weiterleiten und euch dann diese VCF-Datei runterladen. Alternativ kann man das Ganze auch auf einer Webseite machen, die zeige ich euch jetzt hier. Das ist die Webseite vcard.link, die könnt ihr einfach aufrufen, da geht ihr dann einfach hier hin, sagt, tja, jetzt müssen wir mal eine Webadresse angeben, roland.youtube. Nein, nicht Punkt, sondern at gmx.de. Kennwort. Wir erstellen uns jetzt einfach so ein Ding. Ich habe hier nämlich noch einen zweiten Tag, den, da ist noch nichts drauf gespeichert. So, aber man muss hier eine Mailadresse, oder ich habe es vorhin probiert, ohne ging es nicht, deswegen gebe ich das jetzt hier einfach mal kurz an. Titel habe ich nicht. First Name ist Roland. Last Name ist Charles. Birthday gebe ich jetzt nicht an. Organization Name. Position. Ja, klar, YouTuber. Telefonnummer. Cellphone, also Handy. Plus 49171. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann habe ich natürlich auch noch eine Telefonnummer zu Hause, wie man das früher hatte. Eine E-Mail gebe ich auch noch an. Das ist meine Work-E-Mail. Roland.youtube.at.gmx.de. Webseite ist https.doppelpunkt.doppelslash.youtube.com. Ja, das soll es gewesen sein. Also ja, füllt ihr im Prinzip einfach ein Online-Formular aus. Dann geht ihr auf Create Card. Da wird sie euch auch schon angezeigt, die Visitenkarte. Das sind die Daten, die ich hinterlegt habe. Telefonnummer, E-Mail-Adresse und hier die Webseite oder den Link zur Webseite. So, dann geht ihr auf Share und dann auf VCF-File. Das ist also der Webspace, wo dieser Dienst diese VCF-Datei hinterlegt hat. Die kopiert ihr euch dann. Die Zwischenablage von eurem Handy im Idealfall. Jetzt muss ich mal nur ein Handy entsperren, damit das diesen Link auch mitbekommt, wenn ich den hier kopiere. Copy. So, dann öffnet ihr die App NFC-Tools. Die könnt ihr euch kostenlos im App Store bei Apple runterladen. Und ja, ich mache das Ganze mal. Ich gehe auf NFC-Tools. Dann gehe ich auf Schreiben, weil wir wollen diesen leeren Tag hier einfach beschreiben. Dann sage ich Datensatz hinzufügen. Dann sage ich Benutzerdefinierte URL. Dann nehme ich die URL, die ich hier eben gerade auf dem PC generiert habe und füge die hier einfach ein. Sag OK. Und dann muss ich auf Schreiben gehen. Dann geht beim iPhone so ein Fensterchen auf und ich halte im Prinzip nur kurz den Tag hier hinten hin. Und das war's. Das Ding ist jetzt beschrieben. Und jetzt probieren wir es aus. Ich gehe hier einfach nochmal mit dem Tag hin. Die Webseite geht auf. Ich gehe drauf. Und habe meine Visitenkarte hier direkt. Und kann sie direkt abspeichern. So einfach ist das. So und was macht man damit? Das packt man sich hier hinten einfach in die Handyhülle rein. Und geht dann einfach beim anderen aufs Handy drauf. Jo. Eigentlich eine echt easy Nummer. Ihr habt gesehen, das kann man in 5 Minuten erstellen. So ein Teil. Die Dinger kosten nicht viel. Ich verlinke euch das alles. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Roland.